Oh mein, schau dir das an. Dringende Neuigkeiten. Unglaublich. Frank Baumann überraschte alle. Das Publikum tobte mit dieser Nachricht. Sie werden nicht glauben, was er gesagt hat. Aber bevor Sie diese Neuigkeiten mit Ihnen teilen, abonnieren Sie den Kanal, damit Sie diese Neuigkeit nicht verpassen. Denn wir werden Ihnen alles darüber erzählen. War das der große Dosenöffner für Werder Bremen? Nach den beiden Niederlagen gegen die Bayern 0 zu 4 und in Freiburg 0 zu 1, gelang den Grünbeißen ein überzeugender 4 zu 0 Kantersieg gegen Mainz 05. Viele wunderten sich über dieses Offensivfeuerwerk. Schließlich wurden den Bremern starke Abstiegssorgen prophezeit. Diese plagen Sportchef Frank Baumann aber nicht. Es ist wichtig, die Überzeugung nach dem schwierigen Start auszudrücken. Mentieren, erklärte der Sportchef gegenüber dem regionalen Magazin Buten und Benen. Hinterlassen Sie jetzt schon Ihr Gefällt mir in diesem Video. Denn es ist sehr wichtig, dass Sie die neuesten Werder News, die wir hier veröffentlichen, nicht verpassen. Vielen Dank. Auch weiterhin. Und weiter, die ist nicht nur dahingesagt. Ich bin überzeugt, dass wir besser als 5, 6 Mannschaften in der Liga sind oder zumindest nicht schlechter. Wichtig ist, dass wir als Team von der ersten bis zur letzten Minute zusammenstehen. Wenn uns das in den meisten Spielen gelingt, werden wir den Klassenerhalt schaffen. So Baumann zuversichtlich. Die ersten Tore der Bundesliga-Saisontorier errechneten sich erst nach dem Abgang von Niklas Füllkrug, dem Top-Torjäger der vergangenen Spielzeit. Zufall? Wenn ein wichtiger Spieler geht, entstehen Platz und Raum für andere Spieler, sich zu entwickeln und zu zeigen. Hallo Werder Bremen-Fans, wird Werder Ihrer Meinung nach unter den Top 10 der Meisterschaft sein oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreib es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unseren Werder. Bleiben Sie auf dem Laufenden, denn ich halte Sie jederzeit über die neuesten Nachrichten zu Werder Bremen auf dem Laufenden. Ich halte Sie auf dem Laufenden.